Hier ist sonst keiner, oder? Nein, Doc. Hier sind nur wir beide. Neu bei Vox. Neuropsychiatre Dr. Daniel Pierce Ich unterrichte am College. ist die Geheimwaffe des FBI. Manchmal bitten sie mich um meine Expertenmeinung. Seine Visionen sind Fluch. Ich sehe Dinge, die nicht da sind. Ich spreche mit Wänden. Du halluzinierst. Und Segen zugleich. Ich hab's gelöst. Ich denke, ich hab's gelöst. Genie. Und Wahnsinn. Endlich vereint. Sie müssen mir sagen, ob da jemand in meinem Büro ist. Die war definitiv real. Zwei Folgen Perception. Die neue Serie. Ab 8. Oktober bei Vox.